Ich bin's, Erik. Ich hoffe, ich störe Sie nicht allzu sehr. Warum gehen Sie auf Zehenspitzen? Keine Ahnung. Ich komme wegen der 300 Frauen. Ich bringe sie zurück. Nein, nein, lassen Sie nur. Ich will Sie nicht zurückhaben. Nein, nein, ich gebe Sie zurück. Das gehört sich so. Es waren... Es waren genau 300 Francs. 300 Francs waren es. Übrigens, Mutter und ich fahren morgen früh weiter. Das heißt, dass unsere Wege sich trennen. Und können Sie 1000 Francs wechseln? Soll ich nachsehen, ob ich kann? Bitte, das wäre nett. Wo fahren Sie dann morgen hin? Nach Messat. Tatsächlich? Das ist ja... Das ist ja ein richtiger Zufall. Da wollte mein Freund auch unbedingt hin. Mr. Tanner. Oh. Ja. Ja, dann... Wir wollten sehr früh fahren. Ist schon im Morgengrauen. Das spielt keine Rolle. Ich sag Ihnen gleich Bescheid. Ich meine, würden Sie ihn mitnehmen? Würde Ihnen das was ausmachen? Ich, ähm... Darf ich Ihnen eine von meinen Zigaretten anbieten? Ja, gern. Vielen Dank. Die Parfum vergessen wir. Wenn Sie meinen... Na schön. Ich verstehe schon. Sie... möchten ihn wohl gern loswerden. Ich komme gleich wieder. Ich bin ja... Nein! Ich bin ja... Es ist lieber. Ich bin ja... Ich bin ja... Schaden. Ich bin ja... Ich bin ja... Sie bin ja... Vielen Dank.